Das ist ein X minus 421 Was ist 421? Achso, naja stimmt, ich hab mich bewegt, alles gut. 421 So ein Schwein hier oben auf den Bäumen gespawnt ist 421 Echt geile Wendeltrippe gebaut, ist echt nice Hab ich auch Fuck, ich höre so ein Vieh Ja, die sind überall um dich herum Hast du Blöcke zum hochbauen? Ne, Blöcke hab ich aber, oder? Komm einfach da raus und bau dich hoch, kriegen die dich nicht Äh So Pass auf, der schießt auf dich Das traute sich nicht Ah Sowas hier oder so, ne? 421 529 Ja Ja Nur tiefer Äh Oh ich bin so gespannt Hier muss das dann, warte mal, 529, 401, ja hier muss dann das Portal sein Hier und da Hier die zwei Obsidian Blöcke hin? Ja Ach Portal, warum kann ich hier? Äh 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 Versuch dir das mit folgen Ach so, warte mal, warte mal, warte mal So, das, das, das Ich bin zum Bauen wieder Hast du noch Spitzhacke Das hier Hä, wieso sammelst du denn alles wieder? Hä, was soll das? Nochmal, das hier Das hier zum Bauen, dein Schild Müll, dein 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 Mü Ja, guck mal hier! Ja, es hat funktioniert! Wo sind die Sachen? Das müssen wir schnell machen. Da hinten, da hinten, da hinten. Ja, da in die Richtung. Auf dem Wasser. Ja, da ist so eine kleine Insel. Oh Gott, Patrick. Da sind sie. Ich sehe die Sachen. Echt? Ja. Ich sehe P. Jo! Die Kiste auf. Noch Zeug auf dem Wasser. Oh mein Gott, fucking alles recovered. Nur Steine, ne? Das war's. Ja. Du hast auch den Fehler gemacht mit der Kiste. Wow. Volker, wir haben die beide gleich falsch gestellt. Also, geradeaus. Null. Guck mal, Fabian! Guck mal, guck mal, guck mal, Fabian! Geil, ne? Geil, ne? Können wir schön vermehren bei uns. Und dann können wir mit den Turtle Axe, können wir, äh, geile Sachen machen. Als ob das funktioniert hat? Geil! Okay. Nur durch Folgen gucken! Jannis! Hier! Warte! Wann nehmen die sich zurück in normale Zombies? Ah, lol! Sorry, Fabian! Ich dachte, ich hätte hier, ich dachte, ich hätte hier, äh, meine Behutsamkeit Spitzhacke mitgenommen, mit gehabt, aber ich hatte nur die hier. Damit habe ich die Schildkröteneier abgebaut. Ups. Die hat nur 32 Hältbarkeit. Ne, das ist nicht okay. Das ist echt billig. Was ist da drin? Mein Bordel. Geil. Äh, so, jetzt packe ich die wichtigsten Sachen, nehme die mit, bringe die nach Hause, und dann können wir theoretisch wieder zurück und, äh, hier in der Höhle. Da ist noch ein Diamantschwert drin, ne? Ja, ja, das ist ein Janisar. Ich habe noch nichts geholt. Nur hier erstmal. So, Rüstung, Rüstung. Eisenschwert lasse ich hier. Eisenschwert nehme ich mit, da ist mein Bogen. So ein Feuerzeug, noch ein Diamant. Soll ich jetzt auch Zeug davon mitnehmen, oder lassen wir es für Janisar? Ne, ne, ich nehme das mit. Janisar sagt, er muss noch seine Sachen holen, dann lockt er sich wieder aus. Ähm. So, das kann ich anziehen. Äh. Äh. Und den Golden Apple. Ich lasse auf jeden Fall ganz viel Schrott hier. Ja. Äh. 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 So, das Boot lasse ich als Andenken hier. Dornen zwei Goldharnisch, das nehme ich mit. Schärfe eins Goldachs. Das ist auch so dumm. Nehme ich für die Piglins mit. Äh. Ähm. Das kann hier rein. Äh. Äh. Patrick. Äh. 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 So ein Bett. Fuck. Mortilos Shell. Auch noch mitnehmen. Na die Enterprise brauchen wir nicht. Schmutz. Schmutz. Ist auch hier auch. Eben zurück gehen. Zieh ich mir immer meine Goldsachen an. Baue eben kurz das Pod, also den Weg sicher da runter. Vom Portal zum Dings. Also wenn du willst kannst du schon mal einen Höhleneingang suchen oder so. Also bleiben wir hier oder was? Ich würd hier in die Höhle gehen irgendwo oder? Mit den Sachen nehmen wir da? Ne ne ich würd, das bring ich eben auf jeden Fall. Ah ne du hast ja auch Sachen dabei ne? Ja. Ja ja gut. Oh Dreck. Laufarbeit mach ich jetzt. Wart ihr hier drinnen? Ja ich war drinnen ja. Oh Patrick. Aber ich hab das TNT nicht mitgenommen falls das haben wird. Alter wie nice. Und jetzt hab ich auch wieder so viel Essen. Geil. So Goldsachen hab ich an. Die Glocke kann man denen geben ne? Ja. Und hier. Versicherung. Ja. Warte dann geb ich dir hier noch ne Versicherung. Ich hab zwei. Ich hab, ich hab ja Goldsachen an. So das heißt wir müssen ja jetzt. Hier hast du irgendwo hoch gebaut ne? Ne da hin. Dann schon mal zurück. Hä? Wo ist hier denn hin? Wo ist hier denn hin? Wo ist das Loch? Wo ist das Loch? Na hier ne? Doch zuge... Aua. Hä? Wo ist das Loch? Hä? Hast du das zugebaut? Nein. Hier. Direkt unter dir? Aua. Na ja. Na ja. Sollte ich nicht jetzt das Ding bauen ne? Welches Ding? Wir werden jetzt wahrscheinlich nochmal dahin... Wir laufen doch nochmal... Äh die Treppe und so runter. Den Gang verschülen oder so. Wenn wir gleich wieder da sind. Aber da will ich ja keine Goldsachen mit mir. Ich will da einfach nur den Gang zubauen. Also das äh... Einfach safe hochlaufen kannst. Völlig safe. Also verwendest alles ja? Aber nicht safe. Beispiel? Ja. Gerade aber nicht. Was? Was? Wie gesagt zum Beispiel. So. Was witzig wär? Den Gang den du hochgebaut hast, der ist ja in Ordnung. Was witzig wär? Was denn? Wenn ich einfach blockend... Wenn ich hier einfach äh... Ähm... Netherrack hinsetze irgendwo in einen Gang und du nicht mehr weißt wo du hin musst. Das würde sogar easy funktionieren. Äh... Äh... Da steckt man sich ja auch in Survival Games im Nether. Naja. Da geht man so auf den Nether ne? Alter. Ja. Oh. Da bin ich runtergeplumpst. So. Äh... 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 an irgendeinem random anderen Gang... Da ist sich verlaufen. Da ist einfach zu. Und dann hier ne Sackgasse runter. ... Ob man hört hier so ein radioaktives Geräusch. dann ist das anscheinend der falsche weg dann blockiert mir den weg enderman ja also wir können auch die portion mitnehmen da können wir die liste kiste in der mitte loopen wenn du willst oder am rückweg dann ja ja vielleicht also ich habe jetzt immer glück ich hätte einmal ganz viel dia equip das andere mal hatte ich jeweils zwei netherite und einmal zwei netherite scrap da drin also würde sich halt schon lohnen so portal kisten was ich weiß gar nicht dasselbe die selbe kiste ja ok ich meinte hier die nether dings ums drei herzen machen die meine halt dieser weg so lang hieß der enderman du meintest wahrscheinlich ne 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 ich hab den ja runter fallen lassen so hier ist noch einer irgendeine brücke hat jetzt einfach ein loch unten also in der mitte als ob das ich hab den noch nicht angegriffen ne leute also fangen die immer so oft an zu brennen im nisser ich verstehe das also die sachen die ich habe sind jetzt alle von jannis ne 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 ist kreuz und quer tu einfach jannis kiste ja kiste hier mit eisen und sticks neben meinem haus das hat irgendwie noch da muss noch irgendwie also wahrscheinlich zwei diamantschwerter oder ne eisen und sticks ok oder eins heißt doch huso oder nein ich meine neben meinem haus ist ne kiste mit nem mit eisen und sticks drin ah keine ahnung hab von wem die sind guck mal ein block von jannis ist schon äh jetzt gleich grün ich verstehe das nicht dann mussten die ja wirklich verpackt gewesen sein die der hatte oder also ja also bei zwei ne da haben wir das ja abgeschürft und er hat das ja auch mal aber trotzdem ist es so unlogisch dass da nichts passiert meine sind jetzt halt zum zweiten mal grün für den ohren ich bin auch da hui jetzt geh ich oben auf dein auf dein haus so dann äh was dann oh scheiße ich war runter was du versucht ah 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 Ha ha ha!